Moin Moin Bras, es ist das, mein Name ist der E-States und heute zocken wir George Likes Lasagna. Lasagna. Unsere Eltern kommen spät nach Hause und möchten, dass wir das Essen vorbereiten. Was kann schon schief gehen? Ich weiß nicht viel über das Spiel, ich weiß nur, dass es wieder ein Spiel mit... Papa und ich werden spät von der Arbeit wieder zurückkommen. Bitte mach uns Lasagne zum Essen. Oh, verdammt, Mama hat extra Wünsche. Da, wo ich herkomme, nennt man sowas Kinderarbeit. Und wieso schreibst du das überhaupt auf so einen abgerissenen Zettel? Versuch Nummer 1. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn da Versuch Nummer 1 steht. Oh, ich fühl mich irgendwie wie Kevin alleine zu Hause. Was haben wir hier? Wie man Lasagne macht. Erstens, Pasta, Ketchup, Salz und Soße. Verdammt, noch komplizierter kann man es nicht machen. Ist das Pasta? Wie genau mach ich das? Uh, da haben wir schon mal Senf. Was haben wir hier noch? Ich brauch auf jeden Fall einen Topf. Pfeffer gibt es auch. Ich brauch auf jeden Fall einen Topf, um zu arbeiten. Hier ist nichts drinne. Und was haben wir hier? Pfeffer. Und hier oben ist Salz. Also alles, was wir brauchen, ist da. Und ich glaub... Die Lasagne sieht in meinen Augen schon fertig aus. Okay, das war die Pasta. Als nächstes kommt Ketchup. Ketchup voll reinpfeffern. Boom. Was noch? Ein bisschen Salz. Ein bisschen Salz. Okay. Kommt sofort. Salz ist drinne. Als nächstes kommt Soße. Was davon ist Soße? Das ist doch Senf. Das ist doch keine Soße. Ich platziere es trotzdem da drinne. Und als letzten Step müssen wir die Lasagne in den Ofen packen. Hallo? So. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Das hier ist die Soße. Ich hab Senf in die Pasta reingemacht. Okay, die ist fertig. Und das heißt, wir können die jetzt in den Ofen tun. Und unser nächster Step ist einfach zu warten, bis die fertig... Ui, ich hab ein fliegendes Glas Soße. Kann ich... Da ist die Lasagne. Fertig. Wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Kühlschrank noch zu. Der geht nicht mehr zu. Step Nummer 3. Warten. Rausnehmen. Das... Oh mein Gott. Ending 2 von 7. Du hast zu viel Mayo reingetan und hast dich selbst vergiftet. Es tut mir leid. Ich dachte, das wäre die Soße. Ich bin blöd. Aber jetzt weiß ich, wie eine Lasagne geht. Und das ist relativ einfach. Wir machen ein bisschen Ketchup rein. Bisschen Salz. Und... Hallo? Er wird wegen Lasagne... Was machst du, Monster, hier? Du bewegst dich nicht, oder? Oh, du bewegst dich nur, wenn ich dich nicht angucke. Das ist kacke. Ich will doch sehen, was da steht. Er wird für die Lasagne kommen. Er mag Lasagne. Sicher, dass er nur Lasagne mag? Mit dem riesigen Mund mag er bestimmt auch Kinder. Ich guck dich an. Alles ist cool. Was fehlt uns? Wir haben Salz reingetan. Wir haben Pasta reingemacht. Wir haben Ketchup reingemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Soße, komm. Ah! Ah! Nicht bewegen, George. Alles ist cool. Ich tue... Du die Soße sch... Alles ist gut. Die Lasagne ist noch nicht fertig. Du wartest, bis die Lasagne fertig ist. Jeder macht das, okay? Und... Schnell in den Ofen rein. Oh. Komm. Ah! Alles cool. Haben wir es jetzt geschafft, wenn wir die Lasagne zu George geben? Oh Gott, ich habe Angst. Hier. Ending 4 von 7. Hahaha. Der große George hat seine Lasagne genommen und ist gegangen. So einfach kann es sein. Nur Mama und Papa werden sauer sein. Aber weißt du was? Das Kind lebt. Hahaha. Okay. Als nächstes probiere ich einfach mal so, dass George mich erschreckt. Das könnte wahrscheinlich auch ein Ende sein. Entschuldigung. Du kannst ein bisschen warten, okay? Ich laufe rein. Ah! Ending 3 von 7. Big George hat dich gefangen und dich getötet. Das hört sich nicht an wie ein nices Ende. Big George, wieso entspannst du dich nicht mal? Wir haben auch eine Gitarre. Voll nice. Oh. Hä? Ending 6 von 7. Du hast die ganze Zeit Gitarre gespielt und vergesst, die Lasagne zu machen. Weißt du was? Hauptsache, ich habe überlebt. Hakuna Matata. Ist das nicht das Wichtigste? Euer Kind hat überlebt. Kack auf die Lasagne. Okay, kann ich die Tür... Die Tür geht nicht auf. Okay, wir machen nochmal die Lasagne. Aber welches Ende können wir jetzt noch frei... George ist da. George ist da. Alles gut. George, bleib hinter mir. Ey, ey. Yo, wir können uns entspannen, oder George? Wir können Freunde sein. Ich kann dir deine Lasagne machen. Oh, netter Popo. Ich stecke dir die Soße rein. Komm. Let's go. Also, ich habe die Lasagne schon gegessen. George hat die Las... Ey, ich wollte die Lasagne gar nicht George geben. Ich wollte die für mich behalten. Was ist das für ein Poster? Können wir damit auch was machen, oder? Leider nicht. Miss. Ich würde gerne sehen, was passiert, wenn wir es schaffen, dass die Eltern zurückkommen. Das heißt, wir warten... Ey, George, bleib mal ein bisschen... Beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Ey, George. Ich schütte dir gleich die Soße in deinen Mund rein, obwohl du hast da schon Soße drin. Alles cool. Hakuna Matata. Boom. Oh, der Ofen. Du bist voll im Weg, George. Komm her. Folg mir. Ich kann die eigentlich rumbeiten. Komm. Whee. Du bist wie ein Haustier für mich, George. Mehr bist du nicht. Ich nehme dich gar nicht ernst. Die Lasagne ist drin. Da, 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 da. Sie ist gleich fertig. Ping. Und du bekommst nichts davon. Kein bisschen. Gib mir meine Lasagne. Das ist meine Lasagne. Kann ich vielleicht einfach aus der Tür raus abhauen? Warte mal, George. Uh, du bist echt dumm, oder? Komm hierher, George. Alles gut. Ich gehe dann einfach... Mist. 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 George, ey, das war nicht so gemeint. Du bist nicht dumm. Du bist ein sehr intelligenter... Was bist du eigentlich? Du bist kein Mensch. Kann ich an dir vorbe... Uh, 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 uh. Das funktioniert. Ich spüle die Lasagne, die Toilette runter. Oh Gott, was soll ich... Kann ich die Las... Da ist die Lasagne. George, du verfolgst gar nicht die Lasagne. Du verfolgst mich. Ending 4 von 7. Oh, das hatten wir ja schon. Wisst ihr, was ich mich frage? Kann ich so schlechte Lasagne machen, dass George davon drauf geht? Ich meine, wir tun jetzt einfach alles rein. Ey, George, entspann dich. Entspann dich. Ich mache dir deine... Deine Wundermischung an... Okay, ist drinne. Alles gut. Ich kriege das hin, George. Folg mir einfach. Genau, das ist die richtige Seite der Wohnung. Und jetzt, willst du ein bisschen Pfeffer haben? Schmeckt gut in Lasagne, habe ich gehört. Mayo ist auch geil. Okay, aber du musst mir auch ein bisschen Zeit lassen. So, alles cool. Okay, die Lasagne ist jetzt schrecklich. Soße. Haben wir. George, folg mir. Oh Gott, der ist auch so schnell. Er ist wie der Flash. Mit komischen Füßen. Sehr, sehr komischen Füßen. Okay. Alles cool. Komm her, George. Komm her. Alles gut. Uhu. Nicht zu nah an mich ran, bitte. Nicht zu nah. Ein bisschen Sicherheitsabstand. Sicherheitsabstand, habe ich doch gesagt. Dreh, dreh, dreh. Und ich warte auf Georgie. So. Bin. Oh Gott. Der Typ ist echt nervig. Ich weiß nicht, ob das schon reicht, um die Lasagne so schlecht zu machen wie möglich. Oh Gott. Oh. 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 Okay. Alles gut. Alles gut. Ich habe nur ein bisschen Pfeffer. Der hat Georgie. Das ist für deine Lasagne. Die müsste jetzt eigentlich schon schlecht genug sein, um ehrlich zu sein. Aber irgendwie möchte ich auch alles reintun. Jawohl. Oh. 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 Geh weg. Alles gut. Die kocht jetzt. Und ich stelle dich erst mal auf die andere Seite des Raums, okay? So. So ist pein. So ist pein. Da ist die Lasagne. Hier, George. Nimm. Viel Spaß. Ending 5 von 7. Deine Lasagne war schrecklich und Big George stirbt vom Cringe. Okay. Wir wollen jetzt nicht. Die war schlecht, okay. Aber wir wollen jetzt nicht übertreiben, oder? Wir haben einfach alles reingetan. So geil. Aber ich glaube, wir haben jetzt alle Enten freigeschaltet. Lustiges kleines Spiel zum Sonntag. Genießt das Wetter. Ich bin mein Teil Bendy in die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye. 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 Bye.